Andrew Malkinson war wegen Vergewaltigung zu mindestens sieben Jahren Haft verurteilt worden. Weil er sich uneinsichtig zeigte, wurde seine Strafe sogar noch um zehn Jahre verlängert. Der Britte hat 17 Jahre wegen einer Vergewaltigung hinter Gittern gesessen, die er nicht begannen hatte. Dabei gab es nach der Verurteilung einen Hinweis auf seine Unschuld. Der Sender BBC und die Zeitung Guardian berichteten unter Berufung auf Gerichtsdokumente, dass mehrere Justizbehörden spätestens 2009 wussten, dass an der Kleidung des Opfers die DNA eines anderen unbekannten Mannes gefunden worden war. Doch sie hätten sich dagegen entschieden, den Fall auf eigene Faust neu aufzurollen. Bereits 2007 hätten forensische Wissenschaftler mithilfe neuer Technik auch die Kleidung des Opfers untersucht. Bei der Ermittlung hätten sie Speichel auf der Weste gefunden. Doch mehrere Abfragen in Datenbanken ergaben keine Treffer. Ein Beweis also, dass die DNA nicht von Melkinson stammen konnte. Erst Ende Juli hob ein Berufungsgericht das Urteil auf, nachdem eine DNA-Probe einen anderen Täter ergeben hatte. Nun steht dem 57-Jährigen eine Entschädigung zu, maximal 1,16 Millionen Euro. Doch 17 Jahre geraubte Freiheit kann er sich damit nicht zurückkaufen.